Mein Name ist Anton Sorokow, ich bin Konzertmeister der Wiener Symphoniker sowie Professor aus der Musikuniversität Wien. Ich habe die Produkte von der Firma Dolphinus im Mai 2019 bei den gemeinsamen Konzerten mit großartigem Geiger Leonidas Cavacos kennengelernt. Wir haben über eine Stunde nach einer Generalprobe im Wiener Musikvereinsaal die Schulterstütze und den Kienhalter gemeinsam verglichen und ich war wirklich sehr, sehr begeistert von dem freien Klang sowie von verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten, welche die Produkte der Firma Dolphinus anbieten. Über einen Monat verwende ich das Dolphinus-System auf dieser wunderbaren Guarnere del Gesù-Geige, welche der österreichischen Nationalbank gehört. Ich bin sehr, sehr begeistert über den freien Klang, aber auch, es ist für mich ein sehr, sehr bequemes und sicheres Gefühl, welches mir die Schulterstütze anbietet. Aus diesen Gründen möchte ich die Produkte der Firma Dolphinus für die Anfänger, für die Studierenden, für die Orchestermusiker, aber auch für die Top-Solisten sehr wärmstes empfehlen. Die Sundkirche Die Sundkirche Die Sundkirche Die Sundkirche Vielen Dank.